ARD Text im Auftrag von Funk Wenn du irgendwo nen Brunnen siehst, häng, dann lass mal eben anhalten, ne? Jaaaa! Ich brauche auch was zum Zaufen, ey! Ich weiß, wir wissen ja wo der ist, wir müssen da oben bloß hin! Zack! Unsere Wasserstelle! Bist du da ganz hinten, Hoppe? Mh, könnt euch ja schießen, Bede! Ja, aber es ist mal nieder, hier die Kapstuhlschütte hier, was du denn? Da kommt ein Zombie auf die einen Seite, Hoppe! Jaa, ach du! Oh nein! Oh doch! Kommt zu uns hier rein! Wir, hier Dings hat ne Axt! Ne richtige Feuerwehr Axt? Ja, so ne richtige, ja! Geil! So ne echte, echt Feuer! Warte mal, ich musste grad mal anstehen, ich mach grad meine Webcam bitte an! Oh, nicht ins Wasser gehen, das ist global gefährlich! Nicht ins Wasser? Nicht ins Wasser! Ich fühl mich so energized! So, du kannst hier warten, Riggs! Wo ist er raus, die Axt? Er ist da, er kommt dir entgegen! Los! Mach! Wo ist er raus? Komm her! Ja! Da oben war ja ein Wasserloch, ne? Ja! Wo ist er denn? Schießt er innen auf uns, ne? Ja, ja! Da schießt er innen auf uns schon! Komm, lass uns mal schnell abhauen! Lass uns was zu naschen finden! Oh, noch ein Zombie! Da hab ich wieder Arbeit! Juhu! Hast du diesen Bauarbeiter-Helm an? Bah! Das sieht ja aus! Nein, der Hobbit sieht echt scheiße aus, aber... Toll, dass du da bist! Oh Mann! Aber schön, dass du da bist! Ich bin der Holzfelder, Bob! Ja, erst mal wegrennen hier, bevor die alle auf uns schießen! Ey, ich glaub ich verrecke, glaub ich! Ich glaub ich, mal die Axt wegpacken hier! Ja, bei mir ist das noch nicht so schlimm! Dann gib, ähm... Reg dann erst mal... Wie schlimm ist das denn? Na ja, dunkel-orange! Mach immer gerne Screenshots von dem Game! Hier willst du bleiben, ja? Und mein Reisetagbuch! Warte mal! Ich hab mein letztes Hemd hergegeben, ey! Mh, und meiner macht wieder so langsam! Guck mal her, Reg! Vielleicht auch schon ne Wasserstelle? Ach du bist hier, stimmt! Ich bin der Holzfelder, Bob! Oh Mann, ich war so gut ausgestattet, ey! Kostet mich voll an! Wo macht man bei Daisy eigentlich Screenshots? Ach, lass mal hier links gehen, Hank! Auf, F12! F12! Ja, ne, warte, war hier rechts, Mann! Ach, da, dann lassst du der gehen! Ja, stimmt, ja! F12, bei Steam immer! F12! F12! Ach so! Hast du jetzt mich gefitted? Fitting me! Ja, fütter mich! Gib's mir! Das ist ja geil! Dann füttert er mich! Du darfst nicht alt drücken, sonst nimmt er F12 nicht! Deshalb musst du doppelt alt drücken, wenn du jetzt irgendwie die Kamera ändern möchtest, und dann hingucken und dann... Energize, danke! Cool! Na dann! Ich hab, ich hab mein Hemd zerrissen, ich hab jetzt noch einen Lappen! Ja, hydrating! Einen Lappen für einen Lappen! Ah, firsty! I'm firsty, ich bin durstig! Ich brauch'n Brot! Die FNX hab' ich ja! Ne, Hoppe reigepragt! Warte nochmal, warte! FNX Hoppe, muss ich schon? Ach, 45er kommt darin, hab' ich auch, ja! Ne, hab' ich nicht! Hier! Guck, 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 guck! Gib mir! Guck, 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 guck! Guck, 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 guck! Also wir probieren jetzt hier nochmal, ich krieg' hier nochmal die 8 Schuss! Oh, Leute! Tags euch! Oh, jetzt hieß sie noch nicht mal! Oh, ist das schwul! Und auch hier liegen sie! Und ein herzliches Willkommen in meinem Stream! Wir sind grad viele Leute da! Du kannst die Axt rausholen! Hinter uns kommt ein Formie! Schießen wär' glaub'n jetzt nicht so gut! Muss ich die vielleicht in der Hand haben? Die musst du in der Hand haben und dann Leertalzen da oben nehmen! Vielleicht musst du sie erst im Momentar haben, um sie mit der Waffen benutzen zu können! Leg sie erst einmal irgendwo ab und dann... Du hast die scheiß Axt in die Hand! Komm her, du Ratte! Hoppapza! Ich bin der Holz von der Bob! Renn dir!